Nathalie Kortsch hier, Finca Cancorem und ich freue mich total, dass Martin Semmelrogge heute Morgen hier vorbeigeschaut hat, um folgendes anzukündigen. Wie geil die Augenbrauen! Ja, 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 da macht sogar die Nathalie, aber jetzt mal kurz Ruhe, jetzt muss ich auch mal kurz vorzuhören, jetzt mal kurz zuhören. Also, ich freue mich euch hier in dieser tollen Finca Cancorem am 10. Januar, 16 Uhr, zu Kaffee und Kuchen und danach gibt es mit mir ein wilder Ritt durch 50 Jahre Paragraphistan, natürlich haben wir auch noch eine Mucke dabei, Eintritt, 14 Euro, okay, also, ich freue mich euch begrüßen zu dürfen. Anmeldungen unter info at mallorcapromotion.com oder 600494143. Ich freue mich auch total. Frohe Weihnachten, Martin. Okay, dir auch. Feliz Navidad, Feliz Anio, Nuevo, okay. Tschüss. Ciao.